Sind auch Ihnen zwei Dimensionen zu wenig? Wollen auch Sie ein einmaliges Erlebnis verspüren? Sind auch Sie bereit, den nächsten Schritt zu wagen? Dann tauchen Sie ein in die dritte Dimension mit Speculous 3D. Die Speculous 3D besitzt neben dem futuristischen Design eine exzellente Bildqualität. Die Speculous 3D ist vollduplexfähig und unterstützt sogar das Sehen der neuesten Stereotechnologie 3.0. Deshalb, zögern Sie nicht. Kaufen Sie noch heute die Speculous 3D. Für unglaubliche, unschlagbare 299 Ocken. Die Speculous 3D ist nicht im Handel erhältlich. Bestellen Sie die Speculous 3D am besten sofort und bequem vom Sessel aus. Die Speculous 3D. Für noch brillantere Nachrichten, noch schärfere Kurven und noch bombastischere Friedensmissionen im Irak oder morgen schon Iran. Speculous 3D. Ein einmaliges Erlebnis, solange der Fernseher läuft. Bequem vom Sixier Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.